Die Quantenmechanik und ein Gespräch mit Einstein Die Entwicklung der Atomphysik erfolgte in jenem kritischen Jahren so, wie Niels Bohr es mir beim Spaziergang auf dem Heimberg vorhergesagt hatte. Die Schwierigkeiten und inneren Widersprüche, die einem Verständnis der Atome und ihrer Stabilität entgegenstanden, konnten nicht etwa gemildert oder beseitigt werden. Im Gegenteil, sie traten immer schärfer hervor. Jeder Versuch, sie mit den begrifflichen Mitteln der früheren Physik zu bewältigen, schien von vornherein zum Scheitern verurteilt. Da war zum Beispiel die Entdeckung des Amerikaners Compton, nach der Licht oder genauer Röntgenstrahlung bei der Streuung an Elektronen seine Schwingungszahl ändert. Dieses Ergebnis konnte erklärt werden, wenn man annahm, dass das Licht, wie Einstein es vorhergesagt hatte, aus kleinen Korpuskeln oder Energiepaketen besteht, die sich mit großer Geschwindigkeit durch den Raum bewegen und gelegentlich eben beim Vorgang der Streuung mit einem Elektron zusammenströßen. Andererseits gab es viele Experimente, aus denen hervorging, dass sich Licht von den Radiowellen gar nicht grundsätzlich, sondern nur durch die kürzere Wellenlänge unterscheidet, dass ein Lichtstrahl, also ein Wellenvorgang, nicht etwa ein Strom von Teilchen sein muss. Sehr merkwürdig waren auch die Ergebnisse von Messungen, die der Holländer Ornstein vorgenommen hatte. Hier handelte es sich darum, die Intensitätsverhältnisse von Spektrallinien zu bestimmen, die in einem sogenannten Multiplett vereinigt sind. Diese Verhältnisse konnten mit Hilfe der Borschen-Theorie abgeschätzt werden. Es stellte sich heraus, dass zwar die aus der Borschen-Theorie gewonnenen Formeln zunächst unrichtig sind, dass man aber durch eine geringfügige Änderung dieser Beziehungen zu neuen Formeln kommen konnte, die den Erfahrungen offenbar genau entsprachen. So lernte man, sich den Schwierigkeiten allmählich anzupassen. Man gewöhnte sich daran, dass die Begriffe und Bilder, die man aus der früheren Physik in den Bereich der Atome übertragen hatte, dort nur halbrichtig und halbfalsch sind. Dass man für ihre Anwendung also keine allzu strengen Maßstäbe anlegen darf. Andererseits konnte man unter geschickter Ausnutzung dieser Freiheit gelegentlich die richtige mathematische Formulierung der Einzelheiten einfach erraten. In den Seminaren, die unter Leitung Max Borns im Sommersemester 1924 in Göttingen stattfanden, wurde daher schon von einer neuen Quantenmechanik gesprochen, die später an die Stellen der alten newtonschen Mechanik treten sollte und von der einstweilen nur an einzelnen isolierten Stellen die Konturen zu erkennen waren. Auch im darauffolgenden Wintersemester, in dem ich wieder vorübergehend in Kopenhagen arbeitete und mich um den Ausbau einer Theorie bemühte, die Kramers von den sogenannten Dispersionserscheinungen entworfen hatte, konzentrierten sich unsere Anstrengungen darauf, die richtigen mathematischen Beziehungen zwar nicht abzuleiten, wohl aber aus der Ähnlichkeit zu den Formeln der klassischen Theorie zu erraten. Wenn ich an den Zustand der Atomtheorie in jenen Monaten denke, so werde ich gleichzeitig immer an eine Wanderung erinnert, die ich wohl auch etwa im Spätherbst 1924 zusammen mit einigen Freunden aus der Jugendbewegung in den Bergen zwischen Kreuth und Achsensee unternommen habe. Im Tal war damals das Wetter trüb gewesen, die Berge tief von Wolken verhangen. Beim Aufstieg hatte sich der Nebel immer dichter um unseren enger werdenden Pfad geschlossen und nach einiger Zeit waren wir in ein völlig unübersichtliches Gewirr von Felsen und Latschen geraten, in dem wir beim besten Willen keinen Weg mehr erkennen konnten. Wir versuchten trotzdem an Höhe zu gewinnen, allerdings mit etwas bangen Gefühlen, ob wir im Notfall wenigstens den Rückweg noch finden könnten. Aber mit dem weiteren Steigen ergab sich eine merkwürdige Veränderung. Der Nebel wurde stellenweise so dicht, dass wir die anderen aus dem Blickfeld verloren und uns nur noch durch Rufen verständigen konnten. Aber gleichzeitig wurde es über uns heller. Die Helligkeit fing an zu wechseln. Wir waren offenbar in ein Feld ziehender Nebelschwaden gelangt und mit einem Mal konnten wir zwischen zwei dichteren Schwaden die helle, von der Sonne beleuchtete Kante einer hohen Felswand erkennen, deren Existenz wir nach unserer Karte schon vermutet hatten. Einige wenige Durchblicke dieser Art genügten, um uns ein klares Bild der Berglandschaft zu vermitteln, die wahrscheinlich vor uns und über uns lag. Und nach weiteren zehn Minuten scharfen Anstiegs standen wir auf einer Sattelhöhe über dem Nebelmeer in der Sonne. Im Süden waren die Spitzen des Sonnwendgebirgs und dahinter die Schneegipfel der Zentralalpen in voller Klarheit zu erkennen. Und über unseren weiten Aufstiegsweg gab es keinerlei Zweifel. In der Atomphysik waren wir im Winter 1924-25 offenbar schon in jenem Bereich angelangt, in dem zwar der Nebel oft undurchdringlich dicht war, in dem es aber sozusagen über uns schon helle wurde. Die Unterschiede der Helligkeit kündigten die Möglichkeit entscheidender Durchblicke an. Als ich im Sommersemester 1925 wieder die Arbeit in Göttingen aufnahm, seit Juli 1924 war ich Privatdozent an der dortigen Universität, begann ich meine wissenschaftliche Arbeit mit dem Versuch, die richtigen Formeln für die Intensitäten der Linien im Wasserstoffspektrum zu erraten, und zwar nach ähnlichen Methoden, wie sie sich in meiner Arbeit mit Kramers in Kopenhagen bewährt hatten. Dieser Versuch misslang. Ich geriet in ein undurchdringliches Dickicht von komplizierten mathematischen Formeln, aus dem ich keinen Ausweg fand. Aber bei diesem Versuch befestigte sich in mir die Vorstellung, dass man gar nicht nach den Bahnen der Elektronen im Atom fragen dürfte, sondern dass die Gesamtheit der Schwingungsfrequenzen und der die Intensität der linienbestimmenden Größen, der sogenannten Amplituden, als ein vollwertiger Ersatz der Bahnen gelten könnte. Jedenfalls konnte man die Größen ja direkt beobachten. Es war also ganz im Sinne der Philosophie, die unser Freund Otto als Einsteins Standpunkt auf der Radtour an den Walchensee vertreten hatte, nur diese Größen als die Bestimmungsstücke des Atoms zu betrachten. Mein Versuch, einen solchen Plan beim Wasserstoffatom durchzuführen, war an der Kompliziertheit des Problems gescheitert. Daher suchte ich nach einem mathematisch einfachen mechanischen System, bei dem ich vielleicht mit meinen Rechnungen durchkommen könnte. Als ein solches System bot sich das schwingende Pendel oder allgemeiner der sogenannte anharmonische Oszillator dar, der in der Atomphysik etwa als Modell von Schwingungen in Molekülen vorkommt. Meine Pläne wurden nun durch ein äußeres Hindernis mehr gefördert als gestört. Ende Mai 1925 erkrankte ich so unangenehm an Heufieber, dass ich Born bitten musste, mich für vierzehn Tage von meinen Pflichten zu entbinden. Ich wollte auf die Insel Helgoland reisen, um in der Seeluft fern von blühenden Büschen und Wiesen mein Heufieber auszukurieren. Bei der Ankunft in Helgoland muss ich mit meinem verschwollenen Gesicht einen recht kläglichen Eindruck gemacht haben, denn die Hauswirtin, bei der ich ein Zimmer mietete, meinte ich, hätte mich wohl am Abend vorher mit anderen geprügelt. Sie wolle mich aber schon wieder in Ordnung bringen. Mein Zimmer lag im zweiten Stock ihres Hauses, das hoch oben am Südrand der Felseninsel, einen herrlichen Blick auf die Unterstadt, die dahinterliegende Düne und das Meer gewährte. Wenn ich auf meinem Balkon saß, hatte ich oft Gelegenheit, an Boas Bemerkung zu denken, dass man beim Blick über das Meer einen Teil der Unendlichkeit zu ergreifen glaubt. In Helgoland gab es außer den täglichen Spaziergangen auf dem Oberland und den Badeunternehmungen zur Düne keinen äußeren Anlass, der mich von der Arbeit an meinem Problem abhalten konnte. Und so kam ich schneller voran, als es mir in Göttingen möglich gewesen wäre. Einige Tage genügten, um den am Anfang in solchen Fällen immer auftretenden mathematischen Ballast abzuwerfen und eine einfache mathematische Formulierung meiner Frage zu finden. In einigen weiteren Tagen wurde mir klar, was in einer solchen Physik, in der nur die beobachtbaren Größen eine Rolle spielen sollten, an die Stelle der Boa-Sommerfeldschen Quantenbedingungen zu treten hätte. Es war auch deutlich zu spüren, dass mit dieser Zusatzbedingung ein zentraler Punkt der Theorie formuliert war, dass von da ab keine weitere Freiheit mehr blieb. Dann aber bemerkte ich, dass es ja keine Gewähr dafür gäbe, dass das so entsprechende mathematische Schema überhaupt widerspruchsfrei durchgeführt werden könnte. Insbesondere war es völlig ungewiss, ob in diesem Schema der Erhaltungssatz der Energie noch gelte, und ich durfte mir nicht verheimlichen, dass ohne den Energiesatz das ganze Schema wertlos wäre. Andererseits gab es in meinen Rechnungen inzwischen auch viele Hinweise darauf, dass die mir vorschwebende Mathematik wirklich widerspruchsfrei und konsistent entwickelt werden könnte, wenn man den Energiesatz in ihr nachweisen könnte. So konzentrierte ich meine Arbeit immer mehr auf die Frage nach der Gültigkeit des Energiesatzes, und eines Abends war ich so weit, dass ich daran gehen konnte, die einzelnen Terme in der Energietabelle, oder wie man es heute ausdrückt, in der Energiematrix, durch eine nach heutigen Maßstäben reichlich umständliche Rechnung zu bestimmen. Als ich bei den ersten Termen wirklich der Energiesatz bestätigte, geriet ich in eine gewisse Erregung, sodass ich bei den folgenden Rechnungen immer wieder Rechnungsfehler machte. Daher wurde es fast drei Uhr nachts, bis das endgültige Ergebnis der Rechnung vor mir lag. Der Energiesatz hatte sich in allen Gliedern als gültig erwiesen, und da dies ja alles von selbst sozusagen ohne jeden Zwang herausgekommen war, so konnte ich an der mathematischen Widerspruchsfreiheit und Geschlossenheit der damit angedeuteten Quantenmechanik nicht mehr zweifeln. Im ersten Augenblick war ich zutiefst erschrocken. Ich hatte das Gefühl, durch die Oberfläche der atomaren Erscheinungen hindurch auf einen tiefer darunterliegenden Grund von merkwürdiger innerer Schönheit zu schauen, und es wurde mir fast schwindelig bei dem Gedanken, dass ich nun dieser Fülle von mathematischen Strukturen nachgehen sollte, die die Natur dort unten vor mir ausgebreitet hatte. Ich war so erregt, dass ich an Schlaf nicht denken konnte. So verließ ich in der schon beginnenden Morgendämmerung das Haus und ging an die Südspitze des Oberlandes, wo ein alleinstehender, ins Meer vorspringender Felsturm mir immer schon die Lust zu Kletterversuchen geweckt hatte. Es gelang mir ohne größere Schwierigkeiten, den Turm zu besteigen, und ich erwartete auf seiner Spitze den Sonnenaufgang. Was ich in der Nacht von Helgoland gesehen hatte, war nun freilich nicht viel mehr, als ich in der sonnenbeschienene Fels kannte in den Achsenseer Bergen. Aber der sonst so kritische Wolfgang Pauli, dem ich von meinen Ergebnissen berichtete, ermutigte mich, in der eingeschlagenen Richtung weiterzugehen. In Göttingen nahmen sich Born und Jordan der neuen Möglichkeit an. Der junge Engländer Dirac in Cambridge entwickelte einige mathematische Methoden zur Lösung der hier gestellten Probleme, und schon nach wenigen Monaten war durch die konzentrierte Arbeit dieser Physiker ein geschlossenes, zusammenhängendes mathematisches Gebäude errichtet, von dem man hoffen konnte, dass es zu den vielfältigen Erfahrungen in der Atomphysik wirklich passte. Von der äußerst intensiven Arbeit, die uns in der Folgezeit für eine Reihe von Monaten in Atem hielt, soll hier nicht berichtet werden. Wohl aber von einem Gespräch mit Einstein, das einem Vortrag über die neue Quantenmechanik in Berlin folgte. Die Universität Berlin galt damals als die Hochburg der Physik in Deutschland. Hier wirkten Planck, Einstein von Laue und Nernst. Hier hatte Planck die Quantentheorie entwickelt und Rubens sie durch seine Messungen der Wärmestrahlung bestätigt, und hier hatte Einstein im Jahre 1916 die allgemeine Relativitätstheorie und die Theorie der Gravitation formuliert. Im Zentrum des wissenschaftlichen Lebens stand das physikalische Kolloquium, das wohl noch auf eine Tradition aus der Zeit von Helmholtz zurückging und zu dem die Professoren der Physik meist vollzählig erschienen. Im Frühjahr 1926 wurde ich eingeladen, im Rahmen dieses Kolloquiums über die neu entstandene Quantenmechanik zu berichten. Da ich die Träge der berühmten Namen nun zum ersten Mal persönlich kennenlernen konnte, gab ich mir große Mühe, die für die damalige Physik so ungewohnten Begriffe und mathematischen Grundlagen der neuen Theorie möglichst klar darzustellen, und es gelang mir, besonders Einsteins Interesse zu wecken. Einstein bat mich nach dem Kolloquium, ihn in seiner Wohnung zu begleiten, damit wir über die neuen Gedanken ausführlich diskutieren könnten. Auf dem Weg dorthin erkundigte er sich nach meinem Studiengang und nach meinen bisherigen Interessen in der Physik. Als wir aber in der Wohnung angekommen waren, eröffnete er das Gespräch sofort mit einer Frage, die auf die philosophischen Voraussetzungen meiner Versuche zielte. Was Sie uns da erzählt haben, klingt ja sehr ungewöhnlich. Sie nehmen an, dass es Elektronen im Atom gibt, und darin werden Sie sicher recht haben. Aber die Bahn der Elektronen im Atom, die wollen Sie ganz abschaffen, obwohl man doch die Bahnen der Elektronen in einer Nebelkammer unmittelbar sehen kann. Können Sie mir die Gründe für diese merkwürdigen Annahmen etwas genauer erklären? Die Bahnen der Elektronen im Atom kann man nicht beobachten, habe ich wohl erwidert. Aber aus der Strahlung, die von einem Atom bei einem Entladungsvorgang ausgesendet wird, kann man doch unmittelbar auf die Schwingungsfrequenzen und die zugehörigen Amplituden der Elektronen im Atom schließen. Die Kenntnis der Gesamtheit der Schwingungszahlen und der Amplituden ist doch auch in der bisherigen Physik so etwas wie ein Ersatz für die Kenntnis der Elektronenbahnen. Da es aber doch vernünftig ist, in einer Theorie nur die Größen aufzunehmen, die beobachtet werden könnten, schien es mir nur naturgemäß, nur diese Gesamtheiten, sozusagen als Repräsentanten der Elektronenbahnen, einzuführen. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, entgegnete Einstein, dass man in eine physikalische Theorie nur beobachtbare Größen aufnehmen kann. Ich dachte, fragte ich erstaunt, dass gerade Sie diesen Gedanken zur Grundlage Ihrer Relativitätstheorie gemacht hätten. Sie hatten doch betont, dass man nicht von absoluter Zeit reden dürfte, da man diese absolute Zeit nicht beobachten kann. Nur die Angaben der Uhren, sei es im bewegten oder im ruhenden Bezugssystem, sind für die Bestimmung der Zeit maßgebend. Vielleicht habe ich diese Art von Philosophie benutzt, antwortete Einstein, aber sie ist trotzdem Unsinn. Oder ich kann vorsichtiger sagen, es mag heuristisch von Wert sein, sich daran zu erinnern, was man wirklich beobachtet. Aber vom prinzipiellen Standpunkt aus ist es ganz falsch, eine Theorie nur auf beobachtbare Größen gründen zu wollen. Denn es ist ja in Wirklichkeit genau umgekehrt. Erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann. Sehen Sie, die Beobachtung ist ja im Allgemeinen ein sehr komplizierter Prozess. Der Vorgang, der beobachtet werden soll, ruft irgendwelche Geschehnisse in unserem Messapparat hervor. Als Folge davon laufen dann in diesem Apparat weitere Vorgänge ab, die schließlich auf Umwegen den sinnlichen Eindruck und die Fixierung des Ergebnisses in unserem Bewusstsein bewirken. Auf diesem ganzen langen Weg, vom Vorgang bis zur Fixierung in unserem Bewusstsein, müssen wir wissen, dass die Natur funktioniert, müssen wir die Naturgesetze wenigstens praktisch kennen, wenn wir behaupten wollen, dass wir etwas beobachtet haben. Nur die Theorie, das heißt die Kenntnis der Naturgesetze, erlaubt uns also aus dem sinnlichen Eindruck, auf den zugrunde liegenden Vorgang zu schließen. Wenn man behauptet, dass man etwas beobachten kann, so müsste man also eigentlich genauer sagen, obwohl wir uns anschicken, neue Naturgesetze zu formulieren, die nicht mit den bisherigen übereinstimmen, vermuten wir doch, dass die bisherigen Naturgesetze auf dem Weg vom zu beobachtenden Vorgang bis zu unserem Bewusstsein so genau funktionieren, dass wir uns auf sie verlassen und daher von Beobachtungen reden dürfen. In der Relativitätstheorie wird zum Beispiel vorausgesetzt, dass auch im bewegten Bezugssystem die Lichtstrahlen, die von der Uhr zum Auge des Beobachters gehen, hinreichend genau so funktionieren, wie man das auch früher erwartet hätte. Und sie nehmen mit ihrer Theorie offenbar an, dass der ganze Mechanismus der Lichtstrahlung vom schwingenden Atom bis zum Spektralapparat oder bis zum Auge genau so funktioniert, wie man das immer schon vorausgesetzt hat, nämlich im Wesentlichen nach den Gesetzen von Maxwell. Wenn das nicht mehr der Fall wäre, so könnten sie die Größen, die sie als beobachtbar bezeichnen, gar nicht mehr beobachten. Ihre Behauptung, dass sie nur beobachtbare Größen einführen, ist also in Wirklichkeit eine Vermutung über eine Eigenschaft der Theorie, um deren Formulierung sie sich bemühen. Sie vermuten, dass ihre Theorie die bisherige Beschreibung der Strahlungsvorgänge in den Punkten, auf die es ihnen ankommt, unangetastet lässt. Damit können sie Recht haben, aber das ist keineswegs sicher. Mir war diese Einstellung Einsteins sehr überraschend, obwohl mir seine Argumente einleuchteten, und ich fragte daher zurück, der Gedanke, dass eine Theorie eigentlich nur die Zusammenfassung der Beobachtungen unter dem Prinzip der Denkökonomie sei, soll doch von dem Physiker und Philosophen Mach stammen. Und es wird immer wieder behauptet, dass sie in der Relativitätstheorie eben von diesen Gedanken Machs entscheidend Gebrauch gemacht hätten. Was sie jetzt eben gesagt haben, scheint mir aber genau in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Was soll ich nun eigentlich glauben? Oder richtiger, was glauben sie denn selbst in diesem Punkt? Das ist eine sehr lange Geschichte, aber wir können ja ausführlich darüber reden. Der Begriff der Denkökonomie bei Mach enthält wahrscheinlich schon einen Teil Wahrheit, aber er ist mir etwas zu banal. Ich will zunächst ein paar Argumente für Mach anführen. Unser Umgang mit der Welt vollzieht sich doch offenbar über unsere Sinne. Schon wenn wir als kleine Kinder sprechen und denken lernen, so geschieht das, indem wir die Möglichkeit erkennen, sehr komplizierte, aber irgendwie zusammengehörige Sinnes-Eindrücke durch ein Wort zu bezeichnen, etwa durch das Wort Ball. Wir lernen es von den Erwachsenen und empfinden dabei die Befriedigung, uns verständigen zu können. Man kann also sagen, dass die Bildung des Wortes und damit des Begriffs Ball ein Akt der Denkökonomie sei, in dem sie uns erlaubt, recht komplizierte Sinnes-Eindrücke einfach zusammenzufassen. Mach geht dabei gar nicht auf die Frage ein, welche geistigen und körperlichen Voraussetzungen bei Menschen, hier beim kleinen Kind, gegeben sein müssen, damit der Prozess der Verständigung eingeleitet werden kann. Bei den Tieren funktioniert er bekanntlich sehr viel schlechter. Aber davon brauchen wir nicht zu sprechen. Mach meint nun weiter, dass die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien, eventuell sehr komplizierter Theorien, sich grundsätzlich in ähnlicher Weise vollzieht. Wir versuchen, die Phänomene einheitlich zu ordnen, sie in irgendeiner Weise auf Einfaches zurückzuführen, bis wir mit Hilfe einiger weniger Begriffe eine vielleicht reichhaltige Gruppe von Erscheinungen verstehen können. Und verstehen heißt dann wohl nichts anderes, als sie eben mit diesen einfachen Begriffen in ihrer Vielfalt ergreifen zu können. Das klingt nun alles recht plausibel, aber man muss doch fragen, wie dieses Prinzip der Denkökonomie hier eigentlich gemeint ist. Handelt es sich um eine psychologische oder um eine logische Ökonomie? Oder anders gefragt, handelt es sich um die subjektive oder die objektive Seite der Erscheinung? Wenn das Kind den Begriff Ball bildet, wird damit nur psychologisch eine Vereinfachung erreicht, indem die komplizierten Sinneseindrücke durch diesen Begriff zusammengefasst werden. Oder gibt es den Ball wirklich? Man würde wahrscheinlich antworten, der Satz, es gibt den Ball wirklich, beinhaltet ja gar nicht mehr als die Behauptung der einfach zusammenfassbaren Sinneseindrücke. Aber da hat Mach Unrecht. Denn erstens enthält der Satz, es gibt den Ball wirklich, ja auch eine Menge von Aussagen über mögliche Sinneseindrücke, die vielleicht in der Zukunft eintreten werden. Das Mögliche, das zu Erwartende, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Wirklichkeit, der nicht neben dem Faktischen einfach vergessen werden darf. Und zweitens muss man bedenken, dass der Schluss von den Sinneseindrücken auf die Vorstellungen und Dinge zu den Grundvoraussetzungen unseres Denkens gehört. Dass wir also dann, wenn wir nur von den Sinneseindrücken reden wollten, uns unserer Sprache und unseres Denkens berauben müssten. In anderen Worten, die Tatsache, dass es die Welt wirklich gibt, dass unseren Sinneseindrücken etwas Objektives zugrunde liegt, kommt bei Mach etwas zu kurz. Ich will damit nicht einem naiven Realismus das Wort reden, Ich weiß schon, dass es sich hier um sehr schwierige Fragen handelt, aber ich empfinde den Machschen Begriff der Beobachtung ebenso auch als etwas zu naiv. Mach tut so, als wisse man schon, was das Wort Beobachten bedeutet. Und da er glaubt, sich an dieser Stelle um die Entscheidung, objektiv oder subjektiv drücken zu können, erhält seinen Begriff der Einfachheit einen so verdächtig kommerziellen Charakter, Denkökonomie. Dieser Begriff hat eine viel zu subjektive Färbung. In Wirklichkeit ist die Einfachheit der Naturgesetze auch ein objektives Faktum und es käme darauf an, in einer richtigen Begriffsbildung die subjektive und die objektive Seite der Einfachheit ins richtige Gleichgewicht zu setzen. Das ist halt sehr schwer. Aber kehren wir lieber wieder zum Gegenstand Ihres Vortrages zurück. Ich habe den Verdacht, dass Sie gerade an der Stelle, von der wir eben gesprochen haben, in Ihrer Theorie später noch Schwierigkeiten bekommen werden. Ich will das genauer begründen. Sie tun so, als könnten Sie auf der Seite der Beobachtung alles so lassen wie bisher. Das heißt, als könnten Sie einfach in der bisherigen Sprache über das reden, was die Physiker beobachten. Dann müssen Sie aber auch sagen, in der Nebelkammer beobachten wir die Bahn des Elektrons durch die Kammer. Im Atom aber soll es nach Ihrer Ansicht keine Bahnen des Elektrons mehr geben. Das ist doch offenbar Unsinn. Einfach durch Verkleinerung des Raumes, in dem das Elektron sich bewegt, kann doch der Bahnbegriff nicht außer Kraft gesetzt werden. Ich musste nun versuchen, die neue Quantenmechanik zu verteidigen. Einstweilen wissen wir noch gar nicht, in welcher Sprache wir hier über das Geschehen im Atom reden können. Wir haben zwar eine mathematische Sprache, das heißt ein mathematisches Schema, mithilfe dessen wir die stationären Zustände des Atoms oder die Übergangswahrscheinlichkeiten von einem Zustand zu einem anderen ausrechnen können. Aber wir wissen noch nicht, wenigstens noch nicht allgemein, wie diese Sprache mit der gewöhnlichen Sprache zusammenhängt. Natürlich braucht man diesen Zusammenhang, um die Theorie überhaupt auf Experimente anwenden zu können. Denn über die Experimente reden wir ja immer in der gewöhnlichen Sprache, das heißt in der bisherigen Sprache der klassischen Physik. Ich kann also nicht behaupten, dass wir die Quantenmechanik schon verstanden hätten. Ich vermute, dass das mathematische Schema schon in Ordnung ist, aber der Zusammenhang mit der gewöhnlichen Sprache ist noch nicht hergestellt. Erst wenn das einmal gelungen ist, wird man hoffen können, auch über die Bahnen des Elektrons in der Nebelkammer so zu sprechen, dass keine inneren Widersprüche auftreten. Für eine Auflösung ihrer Schwierigkeit ist es wohl einfach noch zu früh. Gut, das will ich gelten lassen, meinte Einstein. Wir werden uns ja in einigen Jahren noch einmal darüber unterhalten können. Aber vielleicht sollte ich im Zusammenhang mit ihrem Vortrag noch eine andere Frage stellen. Die Quantentheorie hat ja zwei sehr verschiedene Seiten. Einerseits sorgt sie, wie besonders Bohr immer mit Recht betont, für die Stabilität der Atome. Sie lässt die gleichen Formen immer wieder neu entstehen. Andererseits beschreibt sie ein merkwürdiges Element von Diskontinuität, von Unstetigkeit in der Natur, das wir zum Beispiel sehr augenfällig erkennen, wenn wir im Dunkeln auf einem Leuchtschirm die Lichtblitze beobachten, die von einem radioaktiven Präparat ausgehen. Diese beiden Seiten hängen natürlich zusammen. In ihrer Quantenmechanik werden Sie von diesen beiden Seiten reden müssen, wenn Sie zum Beispiel über die Aussendung von Licht durch die Atome sprechen. Sie können die diskreten Energiewerte der stationären Zustände berechnen. Ihre Theorie kann also, so scheint es, Rechenschaft geben von der Stabilität gewisser Formen, die nicht stetig ineinander übergehen können, sondern die eben um endliche Beträge verschieden sind und die offenbar immer wieder gebildet werden können. Was geschieht aber bei der Aussendung von Licht? Sie wissen, dass ich die Vorstellung versucht habe, dass das Atom von einem stationären Energiewert zum anderen gewissermaßen plötzlich herunterfällt, indem es die Energiedifferenz als ein Energiepaket, ein sogenanntes Lichtquant, ausstrahlt. Das wäre ein besonders krasses Beispiel für jenes Element von Unstetigkeit. Glauben Sie, dass diese Vorstellung richtig ist? Können Sie den Übergang von einem stationären Zustand zu einem anderen irgendwie genauer beschreiben? In meiner Antwort musste ich mich auf Bohr zurückziehen. Ich glaube, von Bohr gelernt zu haben, dass man über einen solchen Übergang in den bisherigen Begriffen überhaupt nicht reden, dass man ihn jedenfalls nicht als einen Vorgang in Raum und Zeit beschreiben kann. Das ist natürlich sehr wenig gesagt. Eigentlich nur dies, dass man eben nichts weiß. Ob ich die Lichtquanten glauben soll oder nicht, kann ich nicht entscheiden. Die Strahlung enthält ja offenbar dieses Element von Unstetigkeit, das sie mit ihren Lichtquanten darstellen. Andererseits aber auch ein deutliches Element von Kontinuität, das in den Interferenzerscheinungen zutage tritt und das man am einfachsten mit der Wellentheorie des Lichts beschreibt. Aber Sie fragen natürlich mit Recht, ob man aus der neuen Quantenmechanik, die man ja auch noch nicht wirklich verstanden hat, etwas über diese schrecklich schwierigen Fragen lernen kann. Ich glaube, dass man es zumindest hoffen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel eine interessante Auskunft bekommen würde, wenn man ein Atom betrachtet, das im Energieaustausch mit einem anderen Atom in der Umgebung oder mit dem Strahlungsfeld steht. Man könnte dann nach der Schwankung der Energie im Atom fragen. Wenn sich die Energie unstetig ändert, so wie Sie es nach der Lichtquantenvorstellung erwarten, so wird die Schwankung oder mathematisch genauer ausgedrückt, das mittlere Schwankungsquadrat größer sein, als wenn sich die Energie stetig ändert. Ich möchte glauben, dass aus der Quantenmechanik der größere Wert herauskommen wird, dass man das Element von Unstetigkeit, also unmittelbar, sieht. Andererseits müsste doch auch das Element von Stetigkeit zu erkennen sein, das im Interferenzversuch sichtbar wird. Vielleicht muss man sich den Übergang von einem stationären Zustand zu einem anderen so ähnlich vorstellen, wie in manchen Filmen den Übergang von einem Bild zum nächsten. Der Übergang vollzieht sich nicht plötzlich, sondern das eine Bild wird allmählich schwächer, das andere taucht langsam auf und wird stärker, sodass eine Zeit lang beide Bilder durcheinander gehen und man nicht weiß, was eigentlich gemeint ist. Vielleicht gibt es also einen Zwischenzustand, in dem man nicht weiß, ob das Atom im oberen oder unteren Zustand ist. Jetzt bewegen sich ihre Gedanken aber in einer sehr gefährlichen Richtung, warnte Einstein. Sie sprechen nämlich auf einmal von dem, was man über die Natur weiß und nicht mehr von dem, was die Natur wirklich tut. In der Naturwissenschaft kann es sich aber nur darum handeln, herauszubringen, was die Natur wirklich tut. Es könnte doch sehr wohl sein, dass Sie und ich über die Natur etwas Verschiedenes wissen. Aber wen soll das schon interessieren? Sie und mich vielleicht. Aber den anderen kann es doch völlig gleichgültig sein. Also, wenn Ihre Theorie richtig sein sollte, so werden Sie mir eines Tages sagen müssen, was das Atom tut, wenn es von einem stationären Zustand durch Lichtaussendung zu einem anderen übergeht. Vielleicht, antwortete ich zögernd. Aber es kommt mir so vor, als ob Sie die Sprache etwas zu hart verwendeten. Doch gebe ich zu, dass alles, was ich jetzt antworten könnte, den Charakter einer faulen Ausrede hat. Warten wir also ab, wie sich die Atomtheorie weiterentwickelt. Einstein schaute mich nun etwas kritisch an. Warum glauben Sie eigentlich so fest an Ihre Theorie, wenn doch so viele und zentrale Fragen noch völlig ungeklärt sind? Sicher habe ich hier lange gebraucht, bis ich auf diese Frage Einsteins antworten konnte. Aber dann habe ich wohl etwa Folgendes gesagt. Ich glaube ebenso wohl wie Sie, dass die Einfachheit der Naturgesetze einen objektiven Charakter hat, dass es sich nicht nur um Denkökonomie handelt. Wenn man durch die Natur auf mathematische Formen von großer Einfachheit und Schönheit geführt wird, mit Formen meine ich hier geschlossene Systeme von grundlegenden Annahmen, Axiomen und dergleichen, auf Formen, die bis dahin noch von niemandem ausgedacht worden sind, so kann man eben nicht umhin zu glauben, dass sie wahr sind. Das heißt, dass sie einen echten Zug der Natur darstellen. Es mag sein, dass diese Formen auch von ihrer Beziehung zur Natur handeln, dass es ihnen auch ein Element von Denkökonomie gibt. Aber da man von selbst nie auf diese Formen gekommen wäre, da sie uns durch die Natur erst vorgeführt worden sind, gehören sie auch zur Wirklichkeit selbst, nicht nur zu unseren Gedanken über die Wirklichkeit. Sie können mir vorwerfen, dass ich hier ein ästhetisches Wahrnehmungskriterium verwende, in dem ich von Einfachheit und Schönheit spreche. Aber ich muss zugeben, dass für mich von der Einfachheit und der Schönheit des mathematischen Schemas, das uns hier von der Natur suggeriert wird, eine ganz große Überzeugungskraft ausgeht. Sie müssen das doch auch erlebt haben, dass man fast erschrickt von der Einfachheit und Geschlossenheit der Zusammenhänge, die die Natur auf einmal vor einem ausbreitet und auf die man gar nicht so wirklich vorbereitet war. Das Gefühl, das einen bei einem solchen Anblick überkommt, ist doch völlig verschieden, etwa von der Freude, die man empfindet, wenn man glaubt, ein Stück physikalischer oder nicht physikalischer Handwerksarbeit besonders gut geleistet zu haben. Darum hoffe ich natürlich auch, dass sich die vorher besprochenen Schwierigkeiten noch irgendwie lösen werden. Die Einfachheit des mathematischen Schemas hat außerdem hier zur Folge, dass es möglich sein muss, sich viele Experimente auszudenken, bei denen man das Ergebnis mit großer Genauigkeit nach der Theorie vorausberechnen kann. Wenn die Experimente dann durchgeführt werden und das vorausgesagte Ergebnis liefern, so kann man doch kaum mehr daran zweifeln, dass die Theorie in diesem Gebiet die Natur richtig darstellt. Die Kontrolle durch das Experiment, meinte Einstein, ist natürlich die triviale Voraussetzung für die Richtigkeit dieser Theorie, aber man kann ja nie alles nachprüfen. Daher interessiert mich das, was Sie über die Einfachheit gesagt haben, noch mehr. Aber ich würde nie behaupten wollen, dass ich wirklich verstanden hätte, was es mit der Einfachheit der Naturgesetze auf sich hat. Nachdem das Gespräch über die Wahrheitskriterien in der Physik noch eine Zeit lang weitergeführt worden war, verabschiedete ich mich und traf Einstein dann erst anderthalb Jahre später auf der Solvay-Konferenz in Brüssel, auf der die Erkenntnis theoretischen und philosophischen Grundlagen der Theorie noch einmal den Gegenstand äußerst erregender Diskussionen bildeten. Grazie! Das ist eine Frage. Untertitelung des ZDF, 2020